Aufgepasst, morgen früh, da braucht man schon mal die dicke Jacke. Die Temperaturen liegen vor allem hier in der Mitte und auch teilweise rüber bis in den Westen um die 2 bis 5 Grad in den höheren Lagen in 2 Metern Messhöhe und direkt über dem Erdboden. Da kann es in diesen Regionen sogar Bodenfrost geben. Also aufgepasst, morgen ein richtiger Kaltstart in den Dienstag. Dagegen hier im Nordosten, aber auch nochmal hier entlang des Rheins relativ mild mit Temperaturen von 9 bis 11 Grad. Aber sonst fährt der Altweibersommer wirklich Achterbahn. Die nächsten Tage erstmal ein bisschen kühler, aber zum Wochenende könnte es wieder markant wärmer werden. Punktuell sogar Temperaturen um oder über 25 Grad. Da wäre also nochmal ein Sommertag möglich. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Wir schauen uns mal die Großwetterlagenkarte an und ja, wir sind eigentlich so ein bisschen umgeben von Hochdruckgebieten. Das Tiefrohland ist abgezogen. Das nächste Hoch liegt schon hier auf dem Atlantik bereit. Und das heißt, die Wetterlage bleibt bei uns eigentlich in den kommenden Tagen relativ ruhig. Dieses Hoch auf dem Atlantik versucht sich zu verbinden mit diesem Hoch hier über Nordeuropa, mit Hoch Jenny. Und dann gibt es vielleicht sogar noch Hochdruckbrücke und die bringt längere Zeit trockenes Wetter und immer wieder auch Sonnenschein. Die Luftmassentemperaturen, die zeigen uns, die kalten Luftmassen liegen hier bei Osteuropa, aber hier aus Südwesten und aus Westen, da kommen die wärmeren Luftmassen in den nächsten Tagen schon wieder hinterher geströmt. Und dann wird es in 1500 Metern Höhe langsam wieder wärmer werden. Also der Herbst, der kühle Herbst, er kann sich noch nicht dauerhaft etablieren. Der Regen- und Wolkenfilm für die kommenden Stunden, der zeigt uns einige Auflockerungen, vor allem hier über der Mitte und dem Süden, später wieder dichtere Wolkenfelder, stellenweise Dunst. Und hier im Norden kann es noch den ein oder anderen Regenschauer geben. Die Bilanz im September bisher bis einschließlich gestern, 16,1 Grad, die mittlere Temperatur, damit deutlich wärmer als im Vergleich zum alten und zum neuen Klimamittel. Beim Niederschlag gab es bisher 20 Millimeter Niederschlag und damit ist das Regensoll im September erst zu 32 Prozent erfüllt. Und da kommt in den nächsten Tagen kaum noch was vom Himmel. Das bedeutet, der September könnte sehr trocken ausfallen. Beim Sonnenschein haben wir bisher schon 124 Sonnenstunden erreicht und das sind schon 82 Prozent vom langjährigen Durchschnittswert. Wir schauen weiter auf die Regensummen bis zum Sonntag und die Karte zeigt sehr schön, da geht es erstmal ziemlich trocken weiter. Das ist die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Und bis Sonntagmittag in weiten Landesteilen kein Niederschlag in Sicht, nur hier im Norden und im Süden mal ein bis fünf Liter Regen pro Quadratmeter. Und das trotzdem, obwohl hier im Norden es stürmisch und wechselhaft werden soll, da kommt einfach nicht viel vom Himmel runter. Zum Vergleich noch die Prognose der Niederschlagsummen ebenfalls bis Sonntag vom europäischen Wettermodell. Und auch das sieht relativ ähnlich aus. In der Mitte kaum Niederschlagsignale, im Norden auch nur ganz wenig und auch hier im Süden, da kommt einfach bis Sonntag nichts vom Himmel. Zum Vergleich auch noch der Blick auf das deutsche Wettermodell. Das geht momentan nur bis Samstag, aber auch da sehen wir diesen breiten Streifen vom Westen bis in den Osten des Landes, wo eigentlich bis Samstag nichts vom Himmel kommt. Ja und der Blick auf die Temperaturen morgen früh noch mal geschärft. Wie gesagt, in diesem Bereich hier erwarten wir über der Mitte Bodenfrostgefahr. Empfindliche Pflanzen sollte man also schützen. Und nicht nur am Dienstagmorgen, auch am Mittwochmorgen kann es in diesem Bereich noch mal stellenweise Bodenfrost geben. Auch im süddeutschen Raum, in den Alpentälern, da müssen wir morgen früh und am Mittwochmorgen stellenweise mit Bodenfrost rechnen. Und weit verbreitet mit zwei Meter Temperaturen von deutlich unterhalb der 10 Grad Marke. Die Wetterlage am Mittwoch in 1500 Metern Höhe. Da schwirbelt hier so ein Kaltluftbatzen einmal an Deutschland vorbei. So ein bisschen erreicht er uns hier im Osten, aber wir schauen mal weiter bis zum Freitag. Und wir sehen, da liegt schon wieder die warme Luftmasse hier auf dem Atlantik, auf der Lauer von diesem Hoch hier. Und die kühlen Luftmassen streifen uns auch am Freitag noch mal im Nordwesten. Doch zum Samstag wird es wieder milder in der Höhe. Da kommen die wärmeren Luftmassen zumindest nach der Prognose vom amerikanischen Wettermodell bei uns an. Temperaturen knapp an der 10 Grad Marke in 1500 Metern Höhe. Zum Vergleich die Wetterkarte ebenfalls für Samstag vom europäischen Wettermodell. Und das macht es in der Höhe deutlich wärmer. 10 bis 13 Grad in 1500 Metern Höhe. Und am Sonntag sind sogar im Süden bis zu 15 Grad in 1500 Metern Höhe möglich. Das würde insgesamt ein sehr warmes letztes September-Wochenende bedeuten. Mit Temperaturen unten am Erdboden von 22 bis teilweise 26 oder sogar 27 Grad. Wir haben aber eben auch gesehen, die Isobaren sind ziemlich dicht gedrängt. Das sind die liniengleichen Luftdrucks. Und wir erwarten Wind am Donnerstag. Wirklich windmehrheitlich. Sturm nur an der Nordseeküste bis zu 75 kmh und auf der Nordsee bis zu 85 kmh. Im Rest des Landes eher ein laues Lüftchen, maximal in der Mitte 50 kmh. Ja und im Süden und Südwesten, da merkt man von all dem relativ wenig. Da bleibt es meist freundlich. Hier und da ziehen am Donnerstag ein paar Wolkenfelder vorüber. Und wie lange bleibt uns diese Wärme erhalten? Wir schauen mal in die nächste Woche hinein. Und da sehen wir schon nach der Prognose vom europäischen Wettermodell, dann ist die warme Höhenluft eigentlich schon wieder verschwunden weitgehend. Und wir sehen hier im Gegenzug sehr viel Kaltluft, die bereit liegt. Ob die dann zu uns vorstößt nach Deutschland, da ist aber noch ein größeres Fragezeichen dahinter. Zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Vorsage bis zum 6. Oktober und zwar für Ostdeutschland. Wir sehen hier die 2 Meter Temperatur und die steigt erstmal an. Aktuell Werte um die 15 Grad, in den nächsten Tagen ansteigend auf 20 Grad, teilweise auch etwas darüber. Und die Niederschlagssignale, die halten sich doch wie gesagt sehr in Grenzen. Noch der Blick nach Westdeutschland ebenfalls bis zum 6. Oktober. Relativ ähnlich, die Temperaturen anfangs unter 20 Grad, später wieder wärmer, 20 bis 23 oder 24 Grad. Und auch im Westen Deutschlands können wir erkennen, erstmal relativ trocken. Bis zum 26. und 27. September, da kommt relativ wenig vom Himmel. Also der September geht insgesamt sehr trocken weiter. Und wir haben es ja schon gesehen, er ist bisher schon sehr trocken und deswegen könnte dieser Monat wieder zu trocken auch ausfallen. Insgesamt von den Temperaturen wahrscheinlich eher ein deutlich zu warmer Monat. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich immer auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Montag. Bis bald.